ja alles Leute, Mr. Dustbase am Start und herzlich willkommen mit einer kleinen Runde Guess It und wir müssen jetzt einen Schatz bauen das heißt wir müssen jetzt eine Kiste bauen das heißt wir bauen jetzt erstmal eine Kiste so wir bauen jetzt einen Schatz, ich hoffe das ist jetzt keine Blamage kack auf das sieht aus wie ein Stück Scheiße ah 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 oh man ey ich weiß nicht was ich baue das ist das ist weit wir 1 3 da ah ah man Gucken, was er baut. Pump. Mensch. Ich kann nicht schreiben. Ja. Ich seh nicht. Geh weg. Ja, gut, er hat schlechtes Verwendung. Ähm. Echse. 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 BTF? es könnte das sein falls ihr das wisst schreibt es mal in die kommentare das ist jetzt nicht wahr ihr glaubt nicht was das geworden ist wir machen ich mal kurz den timer wieder an fünf minuten und starte das ganze war blut bild kiste ähm ich mach mal kurz meinen skype aus schatz wie ich er kann nicht bauen ich habe keine ahnung was das ist ich habe wirklich keine ahnung eine kiste hat mir schon ähm alter das sollte ketchup sein ketchup ketchup das das war ketchup ok nie heiß fläche hier und die und die und die warte mal warte mal warte mal ausrufe zeichen zeichen schlavier ich kann ich kann nicht schreiben die wort man lüste lüste ok manche sachen erkennt man hier wirklich auch nicht weil ich habe jetzt hier auch oh man mein headset dann ich habe das heute nämlich ausgeklatscht weil ich mich in survival games verloren hab und ja und ja und ich bedanke mich eigentlich auch hier an müsste die dünnen da also dann müssen wir werden dass du endlich heute so lange mit mir durchgehalten dann heißt wir haben wir haben fast 40 und so weiter gibt es einige gespielt und haben nichts hingekriegt komm ich habe keine ahnung was es wird es wird glas flâche 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 Teich. Was soll denn das sein? Was bauen die denn hier heute? Tinte. Das war so eben der Timer. Ich mach die mal kurz aus. Halt die Schnauze, Scheiß-Timer. Ja, ich hab mich grad voll erschreckt. Ich hab mich fast eingekackert. Erde. 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 Sand. Kaktus. 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 So. Ähm. So. 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 Kaktus. 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 Gelb. Oh mein Gott. Ähm. Trophäe. Kaktus. Gold. Ring. Kette. Zeus So Warte mal So mehr Ja Jawohl Glück gehabt der Spieler ist er das Platz hat Prozent hier ja leute wenn er mehrere solche Videos haben wollen also wenn er wollte dass ich so waren das Spielspieler und bisschen über den Plaudern ich wollte eigentlich ein bisschen mehr plaudern eigentlich aber ich denke hier auf jeden Fall erst mal Mr. Gentleman denn wir haben erst mal sehr wirklich sehr sehr lange aufgenommen mit lol das ist ja geil gemacht also wir haben heute wirklich sehr lange aufgenommen und dafür danke ich Mr. Gentleman einfach über alles denn ja der hat wirklich sehr viel durchgehalten und ja der hat auch ein bisschen zum gebettelt dass wir aufnehmen ich glaube er wollte auch aufnehmen weil ihm bestimmt langweilig war und ähm ja falls ihr euch fragt ich bin ja gerade auf Early Boys Server also funwill.eu und ja was gibt es noch zu sagen eigentlich nichts großes mehr ich danke euch für die 40 Abonnenten oder für die fast 40 Abonnenten sind der glaube 38 oder so und ja trotzdem ich würde sagen dann haut darin bis zum nächsten Mal und schau um herz herr wirklich er wollte von diesen spielen schreibt man die kommentare trotzdem bis zu dieses war haut rein haut ciao